Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die mit den Kamin. Ich bin hier mal am Haus. Ich versuche nämlich gerade ein bisschen zu lernen, wie man überlebt. Bis jetzt funktioniert es. Ich bin mir bloß noch nicht sicher, wie lange es so bleiben wird. Schönen guten Tag. So, äh... Ah, siehst du. Als ob ich jetzt die Würste hätte. Krass. What da? Ich brauche mal ganz dringend eine Tablette, Leute. Tablette, kein Plastik. So, ich lade mal nach. Habe ich jetzt eine Pipe mit bei? Eine Pieper? Ne, habe ich nicht. Schade. Müsste nämlich ganz dringend reparieren. Hihihi. Jetzt bestimmt kriege ich jetzt so. Ey, warte mal. Ich will ein bisschen Munition sparen. Aber ich sollte erst mal anfangen, Lebensenergie zu sparen, wa? Ist hier noch jemand? Haha. Tür ist zu. Was sagst du nu? Jetzt ist der Wille auf. Gut, von da kann keiner kommen. Ja? Was ist denn? Bin an die Winke. Ping. Schöne Ding. So. Äh. Immer noch kein Tablet. Obwohl, ich bin ja auch der Cleverste. Ich kann da auch was essen. Dann geht das doch auch. Oh, das ist gut. Auf jeden Fall kann ich mir schon mal was rösten. Komm ich da jetzt ran? Jupp. Hat nur nichts gebracht. Ein Kaffee. Das sieht nicht gut aus. Mein Standardproblem. Das Inventar. Ein bisschen Lebensenergie habe ich gerufen. Da ist doch einer drinnen. Safe. Ich trau die ganze Schose hier nicht. Und das aus diesem Grund. Ich hab mir nämlich sicher geführt. Dann gehe ich nämlich da hin und dann hätte ich ihn auf die Zwölfe gekriegt. Hundertprozentig. Da wir hier noch am Anfang sind, dann bin ich doch lieber als ein bisschen Vorsicht, ja. Und hoff auf das Beste. Auf Loot. Das sieht aber wenig nach Loot aus. Das ist aber... Find ich jetzt beschissen. Na gut. Bis jetzt ist das nicht so das, was ich brauche. Also ganz und ja nicht. Ob ich hier irgendwas kriege. Natürlich nicht. Och Mann. Ich brauche eine Tablette. Immer noch nicht. Kann noch nie wahr sein. So, jetzt seht ihr da oben... Ich wollte auch nur mal sicher gehen. Ich hab zu wenig Lebensenergie. Da verballer ich lieber... ein bisschen Munition. Munition. Von dahinter könnte aber was sein. Bitte lass jetzt kein Zombie von oben runterfallen. Wer willst du dazu nur sagen? Jut, ich könnte... Warte mal kurz. Ich kann aber... die Sache ein bisschen Farbe erheben. Und der kommt weg. Scheißdorf. Schnell mal noch planen. Dann ist ja eigentlich alle Villa... Schnicke. Ja, die Musik kriege ich mir jetzt richtig. Türe. Ja. Eine Motte oder... Oh, 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 oh. Naja. Na ja. Gut. Die kann ich nicht verkaufen. Kann weg. Das kann ich ein bisschen verkaufen. Das ist ein bisschen. Willst du das in der Mitte durchschneiden und dann verkaufen? Oder wie soll man das verstehen? Stück für Stück. Da oben? Ich weiß es nicht. Ich hab so das Gefühl... Ich werde hier gleich richtig, richtig Spaß haben. Alter, viele, zu viele Türen. Okay, na, ihr hört. Warte mal, ich werde mir nochmal was drin zwubeln. Bitte. Ich kriege noch ein bisschen mehr Lebensenergie. Hab ich nicht irgendeine Ratsche oder sowas? Nee, hab ich nicht. Sag dir eher. Einfach mal Klappe halten. Dann kann ich... ...ne Heizung auseinandernehmen. Soll ich ja kein Zombie übersehen hier unten hin. Zu oben. Da. Oh oh. Ich lass die runterkommen. Aber ich kann das doch ja nicht reparieren, Mensch. Silenzium, Silenzium. Sag mal, kommst du nur runter oder? Was, 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 die nun hier, wie, wo, was? Alter, und wir, ich komm jetzt hier rum und du... Natürlich kommen sie rum. Stub. Stub. Munition gespart ist doch schon mal gut. So, ich soll da raus. Ins Freie. Da ist ne Heizung. Ich brauch ne Pieper, Junge. Mach mal. Ich bin zu beschuld. Das ist ja kacke. Warte mal, hier durch. Alles gut. Ich wusste das. Ich hab das gewusst. Das war so klar. Ich hab mir schon unten so gedacht. Na, pass auf, wenn hier oben nicht ein Geiermeier ist. Alter, ihr seid so durchschaubar. Ihr Pimps. Ihr Pimps doch wohl. Und hier ist... Das ist so schön, weil da fällt es so fällig. Munition, ne Hammer. Na, ist ja der Hammer. Hm, nee. Nee. Hier ist diesmal nüscht. Und den Winzler maximal überladen. Naja, gut. Wer hätte was anderes gedacht? Ah, ich könnte gedacht, da ist Sehner drinne. Echt gedacht. Na, gut. Aber ich trau der Sache immer noch nicht. So, irgendwie... Ha! Warte mal, Möge. Müssen wir nachladen. Na, Junge. Mit dir hab ich ja überhaupt nie gerechnet. Und ich sag noch, da ist bestimmt Ina drinne. Alter, und ich sag noch, da ist Ina drinne. Ich sag es euch. Siebter Sinn, aber bringt nüscht. Das ist, äh... Das ist ja beschiss, das ist das. Manchmal funktioniert, manchmal funktioniert nicht. Und ich hab immer noch keine Tablette. Nüscht. Munition. Gut. Gut, 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 gut. Ist hier oben auch noch was? Nee, ist nüscht. So, dann soll ich jetzt hier lang. Aber hier ist so... Ist will er? Ne? Ne? Okay, nicht. Alter, die Pistole ist die beste Investition. Ich sag es euch. So, hier. Hätte ja sein können. Hätte er, hätte Fahrradkette. So, und jetzt da oben hin. Willst du mich verarschen? Ist auch völlig zu eng, der Raum. Ich hab ne Idee. Wenn hier irgendwas ist. Da zum Bleistift. Anschießen. Dann ne Pflücke machen. Und unten alle killen. Und dann nochmal oben lupen. Ich glaube, das ist besser, als wenn ich jetzt hier ne Häuserkampf mache. Ach, siehst du, das ist nämlich schwer. Hab sie gewusst. Ich hab sie gewusst. Hab ich nachgeladen? Ja, hab ich. Bist du tot? Schatz, bist du tot. Na, komm. Boah, Alter. Mein Nacken, Alter. Das ist total verspannt. Stopp. Du wirst ab morgen Puller, äh, Urin. So, haben. Der ist immer noch da oben. Also hab ich irgendwie andere Wache gemacht. Ich geh mal davon. Oh, wo ist das? Ich geh nach rechts. Was ist das? Gut. Ein bisschen weniger Lebensenergie. Hier sind doch mehr Zombies drin gewesen, als ich gedacht hab. Aber das ist mir recht, äh, egal. Dennoch lebig. Noch. Boah, Alter, mein Nacken, Alter. Ich könnte damit jetzt, wenn ich jetzt nur noch ein bisschen mehr anspreche, dann breche ich mir die nicht. Ich sag halt euch, ich könnte damit jetzt dazu hauen, aber das wäre erstmal Blödsinn. Also rein theoretisch werdet jetzt eine Quest, hätte ich gesehen geschafft. War's aber nicht. Wie gesagt, das war ja ein Probelauf. Boah. Alter, mein Nacken. Ganze Kacke. Na, 17 Uhr. Na gut. Tauschen wir mal aus. Das kann clean. Den Motor krieg ich auch nur unter. Ich hätte jetzt aber auch nichts gegen noch eine Waffe. So ein Ersatz. Ui, ich muss da hoch. Hallo. Jetzt nochmal. Da oben ist da der geile Loot. Da muss ich da hin. Nimm ich? Äh. So. Ich glaube, nee, da hab ich ja, ich hab ja Schuhe an. Die sind ja besser. Klein machen. Das nehme ich. Das nehme ich. Das nehme ich auf jeden Fall auch. Ich muss bloß überlegen, wie. Und den ich das klein mache. Das esse. Und das einsacke. Da ist nicht das beste. Aber hey. Ich muss erst mal das nehmen, was ich kriege, ne? So, mit den Pflanzen, das wird ja eh erstmal eine Weile rausfallen. Das dürfte eh in zwei Sekunden dauern, bis das wieder passieren tut. Obwohl ich das denn, äh, letztes Mal, ja nicht so doll gemacht hab. Aber ich hatte die Hände da oben gehabt. Hm. Aber du brauchst ja auch noch eigene Pflanzen. Du findest hier genug Essen. Ein Knochenmesser. Ich hab, ja wohl, ich hatte das aber, äh, farbetechnischerweise. Oh, ja. Na, okay, warte mal. Ich hab ne Idee. Könnte die Klee machen. Dauert eh in zwei Sekunden. Und zack, bummst. Und das nächste, bitte. Ne Axt. Ne Axt wär schön. Ich schüttel jetzt bloß mit dem Kopf. Vitamine brauch ich jetzt nicht. Die sollte ich jetzt noch nicht nehmen. Muss ich mal hier lassen. Na gut. Ich sag mal so, äh, der Test ist bestanden. Ich hab keine Tabletten gefunden. Was ist denn hier los? Alter, das ist doch total verkehrte Welt. Hab ich jetzt ne Amulation. Zehn Schuss plus 16 drinne. Quasi 26 Schuss. Was heißt quasi? Das sind 26 Schuss. Na gut. Dann würd ich erst mal sagen, wir gehen nach Hause. Lernen erst mal unser Inventar aus, wa? Ich glaube, das ist ne gute Idee. Ab geht's nach Hause. In Entenschrittmarsch. Warte, 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 warte. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Warte, wenn jetzt ein Zombie kommt, tut er bloß mal Zeit. Abkürzung. Sag mal, was ist denn hier? Wenn ich gerne nachher geht. Naja, okay. Okay. Also, Test-Jud bestanden. Ich muss jetzt bloß mal die Nacht umkriegen. Und dann kann ich erst mal ne kleine Pause machen. Also nen kleinen Cut. Bevor wir weitermachen. Und dann muss ich mir erst mal... Alter, Junge. Wirklich, das war jetzt gerade so ganz schön anspannt. Und dann muss ich mir erst mal wieder entspannen. Aber das volle Möhre, das sag ich euch. Ja, Junge, ich weiß. Du hast es nicht einfach mit mir. Ja, los, komm, Mädel, komm. Ja, nee, jetzt brauchst du ja nicht abbauen. Komm, komm. Schön daneben geschossen. Los, komm. Du oder Ecke. Danke für das Levelchen. Danke, danke, danke. Kann ich jetzt hier ans YouTube brauchen. Dann würde ich erst mal sagen, ich fange erst mal an, bloß den Wurfel zu bauen, wa? So, Stück für Stück. Wenn bis Horn nicht fertig ist, dann werden wir da drüben die Treppe wegbauen. Und dann werden wir sie eben halt von oben wegballern. Ich glaube, das ist ne gute Idee. Aber wie gesagt, die Pistole macht bestimmt einiges viel einfacher. Ist jetzt nicht die beste. Aber besser ist ja noch schnell. Mehr Munition, ich muss nicht ständig nachladen. Ist schon ein Vorteil. Aber wie gesagt, hab ich nicht gefunden, haben wir uns ja gekauft. Also. Alles ganz. Gut. Ich musste zwar Munition verkaufen, das war aber uns wert. Würde ich jetzt mal für uns, äh, beschließe ich grad mal für uns. So. Jetzt dann überlegen, ob ich hier das denn wegfräse. Könnte eigentlich hier unten, na okay, dann würden sie sich hier seitlich hochbauen. Dann geh ich mal davon aus. So. Das kann erstmal alles hier drin. Das brauche ich nämlich alle nicht. Wolzen brauche ich nie. Brauche ich nie. Brauche ich. Ja, doch brauche ich aber. Umarbeiten. Das Schöpfe lasse ich hier. Ja, die lasse ich hier. Ich hab noch ja kein Herd. Noch nicht. Das bleibt am Mann. Das bleibt am Mann. Das brauche ich nicht. Nee. Bier. Schön. Ab zum Feierabend. Irgendwie sieht's aus. Nahrung. Ja, könnt ihr ein bisschen was essen. Das ist gut, alte Katzenfutter. Oh, das lasse ich hier. Water. Jetzt muss ich daran denken, das sind immer bloß Zehner-Stacks. Da ist das nicht einfach so. Mal Kisten voll knattern. Das wird jetzt erstmal schwierig für mich. Vor allen Dingen, hier hat sich überhaupt nichts geändert und die kommen dann mit den Knochen. Okay, die Fackeln hatte ich nicht mehr bei ihr. Entschuldigung. Obwohl, die könnte ich eigentlich euer so oder so Licht. Dann dann markt die hier zu. Ich weiß es nämlich immer noch nicht. Ich glaube, Licht und Zombies ist nicht so gut. War aber jedenfalls mal so. Wenn das jetzt so immer noch so ist, ich weiß es nicht. Und das kann da erstmal hin. Darf ich später nicht vergessen rauszunehmen. Kann ich eh nicht verarbeiten. Stein nicht. Das baue ich nicht. Husten, husten, husten. Ich sage es euch. Scheiße Sache. Du kommst hier hoch. Schön unter Feuer gesetzt. Wer macht das immer? Fupp. Hab ich mexikanischen eintop. Darf man das überhaupt noch so sagen? Weil das ist ja selber wie Zigeuner eintop. Ich glaub mal nicht, Ich glaub das darf man ja nicht mehr so sagen. Man muss ja heutzutage ist ja alles so musst du vorsichtig sein. Geht ratzfatz. Gut, also Leute. Ich würd mal sagen, ich mach mal schnell einen Cut. Werd mich mal kurz entspannen und wir sehen uns dann, wenn die Nacht rum ist. Also, bis gleich. So. Nacht ist fast um. Ist nisch passiert. Ich hab mich jetzt mit Nahrung hochgeheilt. Ich hab nämlich jetzt das ganze Schämsach in die Schmissen. Wir hatten ja sechs Stück gehabt. Und das hat genau erreicht, dass ich mich hochheilen konnte. Ich habe auch zwei Punkte gehabt. Die hab ich jetzt immer schnell auf der schnelle verteilt in Präzision und äh Wir hatten mal letztes Mal den zweiten Punkt hingeschmissen. Ich glaub bei Wahrnehmung. Genau, ich muss Wahrnehmung jeden Punkt drin schmeißen, weil sonst konnte ich in Präzision den jeden Punkt näherin schmeißen. Da hat nämlich was gefehlt. Ich glaub das war so gewesen. Ja, wie gesagt, fehlen uns jetzt noch Piepen zum Reparieren. So, und dann können wir ja eigentlich schon langsam runter, ne? Wie gesagt, die Zombies rennen ja so oder so. Ich wollte grad sagen, spielt doch ja kein Walzer. So, jetzt weiß ich nicht, sollten wir uns schon ans Väterhaus wagen? Ich weiß es nicht. Also Inventar ist eigentlich erstmal so leer. Na jutt, ich hätte auch was trinken können. ein bisschen. Komm, wir fangen jetzt wieder Haus an. Wenn nicht, dann machen wir das in der nächsten Folie fertig. Oh, das dürfte eigentlich nie so lange dauern. Oder? Ich weiß es nicht, das hat gerade schon so lange dauert. Also schnell war es nicht. Aber war auch eh ein schöne was los. Ist nie los. Ist ja eine Reihe und Glied hier pflanzt. Das schreit ja um mitgenommen zu werden. Warum nehme ich das jetzt mit? Das verstopft mir dort Inventar. Na, jetzt muss ich das gerade machen. So. Jetzt, jetzt können wir los. So, da wartet schon der Erste. Habe ich nachgeladen? Ja, habe ich. Der kriegt jetzt eine Rin jetzt, Wobit und dann ist es gut. Als Rache. Hallo. Komm mal rüber auf den Meter. Peter. Sie sehen, der hat schon will er zuerst herhauen. Hat uns aber nicht getroffen. Ups. Jetzt will er Ausdauer Arsch war. Er könnte anfangen. Sie kennt mal den Punkt darin skillen sollen. Kält. Die nächsten Punkte mache ich in Ausdauer rin. Kann nicht schlecht sein. Sollte die Gäste gleich da nehmen. Ich sollte ja nicht so rumfaseln, sondern gleich das nächste Haus. wo es war. Große Auswahl ist eh noch nicht hier in Krankenhaus kann ich eh noch nicht rin. Das ist alled ich brauche noch am wenigsten Brustpanzer. Kann ich mir den hierherstellen? Nee, ich habe kein Eisen mit bei Sonst eventuell hätte ich das machen können. Oh ja, hätte er Fahrrad könnte. Gehen wir durch die Küche? Jeder jetzt ist nicht ein ähnlichen Zombie, aber wie gesagt. Hm. Ist ja komisch. Wenn am Looten kein Zombie reagiert, wird kein Mini vorstellen. Das ist doch nicht normal. Komm Sie vor, ich weiß doch, dass sie da sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass kein Zombie ist. Das gibt's doch nicht. Das kann ja nie wahr sein. Oh, ha. Alter. Hey, Bücherregal. Eeeh, gut, also vor sie sein, hier brechen Dinge zusammen und zwar unter meinen Arsch. So viel zu Gesundheit, wa. Keine Dietricher. Noch nicht. Ja, das war ja eigentlich, ich verstehe das nicht, Stärke plus eins. Handel plus eins. Na gut. Macht das nicht nach, ist nicht gesund. Oh, jemals. Ja, ich sag dazu nischt. Achso, wir sind ja von hier gekommen. Hä, wo bin ich denn jetzt hier? Meine Nase fängt an zu und es ist kein jute Zeichen. Überraschung. Da ist nur keiner da. Äh, willst du mich verarschen? Das ist der zweite Tresor. Ich hab doch keine Dietricher im Spiel. Das ist ne Frechheit. Ich kann doch da nichts machen. Party doch nicht. Ich jetzt? Das hab ich doch ja nicht anvisiert. Was ist mit dem? Äh, scheiß Lampe. Kacke, versperrt mir den Weg, jetzt muss ich nach Hause. Kann ich in eine Pinte. Ein. Äh. Scheiß Zaun. Karre ist auch noch kaputt. Komm nochmal. Ich geh in eine Pinte. Der ist echt blöd. Der springt über einen Zaun. Und will er um den Zaun rumziehen. Jo, das könnte ich ja sein. Ich hab nötig gesagt. So. Baumkin Dietrich. Was ist denn die Zufälle verlangt? Hallo. Hier ist ja niemand. Pass auf, Tresor, Alter. Dein Rastik aus. Da ist ja ein Loch. Gut, jetzt wissen wir, da ist ein Loch. Hey, ein Marsbecher. Cool. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr wertvoll. Den Teil. Echt jetzt? Ah, ich wusste es. Mhm. Ich sehe jetzt hier nicht so den Grund. Warum ist denn das so? Äh, ne, okay. Ich muss nicht alle einen Grund haben, Karbin. Ich fräse mich mal hier durch. Unten rastet schon eine aus. Ein Zombie. Ich hoffe, wir sind schneller. Ich geh mal runter. Das tut nichts weh. Und das auf engen Raum, das... Niemals gut. Ich hab dich ins Loch geschickt. Wehe, du hüpst jetzt hoch. Also, er ist schon mal weg. Es ist schleichig. Ich hab jetzt so sonst so und grad gedacht. Na gut, komm. Musik ja auch ab und zu mal nutzen, wenn ich jetzt schon da hab. So, jetzt können wir oben weitermachen. Alter, wir sind schon wieder bei 35 Minuten. Na gut, dass er klappen tut mit der Zeit. Ich saget euch. Ah, das ist ja nicht mal so schlecht. Damit kann man doch was anfangen. Also, mit dem Zimmer. Jetzt sieht schnick aus. Na gut, immer noch keine Tabletten. Leute, ich sag mal so. Wenn's euch gefallen hat, Däumchen, Träumchen, ne? Ihr kennt das Spiel. Ein bisschen Platz hab ich noch. Wir werden nächste Folge noch ein bisschen looten. Und dann werden wir die nächste Quest machen. Ein bisschen Munition haben wir ja noch. Das wird so schön. Also, bis dann. Ich bin dann erstmal raus. Tschüss. Mal. Tschüss. Tschüss.